Wow, da kommt ja drin eine. Sie sieht mich oder auch nicht. Kleiner Seelenstein. Jetzt hab ich mal Ruhe. Ah, voll versagt. Oh, was ist das für eine Volksversammlung hier? Wer kommt denn mit seinem Mega-Stab da an, ey? Stab der Feuerbälle? Da enthalte ich mich mal. Oh, ja. Was ist das hier? Das ist ja krank hier. So, die Truhe hier, die will ich auch mal knacken. Aua, ich nehme meinen Finger. Aha. Die Irrlichtmütter, dann nehm ich mal mit. Edra und Edra. Die Oblivion-Krise. Ich weiß nicht, ob ich die schon hatte. So, warte mal. Hier gab es noch eine Abzweigung. Aschehaufen. War eine Ziege. Mann, ey. Entschuldigung. Aber wäre mal ganz was Neues, wenn ich eine Aufnahme lang nicht niese. Verzauberungsfibel. Oh, ja. Abgesehen vom Helm, habe ich da was? Nö. Den Helm, den will ich auch weiterhin behalten, bis ich was Besseres finde. Das kann aber noch lange dauern. Da werde ich auch weitere 100 Folgen damit rumlaufen. Wenn es sein muss. Oh, warte mal. Gibt Ruhe da. Wer streamt? Achso. Lost in House. Aber jetzt gerade nicht. Ah, jetzt müsste ich da rauskommen. Da ist doch wer. Totenmagier. Der Exodus. Lieder der Rückkehr. Ah, ja. Ein Alchemielabor. Das ist sicher. Ich hätte meinen ganzen Kram echt mitnehmen können. Pssst. Pssst. Gut, bis dahin kann ich hier eigentlich wieder normal zurücklaufen. Ohne, dass ich wen aufscheuche. Du, schau mal mal, wie wir hier durchkommen. Naja, wie wir es einfach nur an der Kette ziehen. Hier. Schnell speichern, weiter geht's. Mhm. Ja, nee, ist klar. Alter, wie schaut denn die Halle hier aus? So, um die Eisfalle, die Fallen zu umgehen oder kaputt zu machen, werde ich Ruhe da unten. Ach, an sich schon eine geile Idee. Wo ist der Seenstein hin? Hallo? Ach, der liegt da noch. Hey, du da. Fang! Fang! Oh, Helmut Kohl fressen. Erstmal ausbuddeln und aufessen. Nein, Quatsch. Oh, da sind wir ein bisschen zu viele Menschen hier. Boah, Alter. Genau im letzten Moment, ey. Da müssen die abhauen. Ach, 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 ach. Hi, 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 hi. Was war das? Gar nicht. Ugh, ach, 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 ach. Ach, 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 Was weiß ja, wo sie überall Fackeln aufstellen, dass wir die Eishöhle nicht hier zusammenbrechen. Oh, die kann ich gut weghauen. Ah, Mann. Ja, also für die war es das gewesen. Nö. Oh, ich dachte, die hätte mich fasst, ey. Tja. Das wäre es damit gewesen. Schwarzer Seelenstein. Noch einer. Noch einer. Wie viele haben die denn davon? Wohl Kaninchenkeule. So, was war das? Pantheas Flöte? Alter. Eben Erzhelm der überragenden Schießkunst. Also kann ich das entzaubern. Ockisches Schwert des Animus. Naja, so ein Seelensteinfüller. Ja. Haben wir schon alles gehabt. Rot war so, ne? So. Fort nun in ihrer Hülle. Dort sind sie erstunken und die Geschichte erlogen. Ah, von wo kam er? Ah, genau. Von da kam er also. So. Bist du wohl ruhig da oben? Bin gerade aus der Höhe draußen. Ah, wollte ich nicht entzaubern? Mach ich das mal schnell. Dürfte ja keiner mehr da sein. Ah, die Beamtin. Huch. Dort war das Alchemielabor. Ah, das war das Alchemielabor. So, während hier das Verzauberungstisch war. Eben Erzhelm. Weg. Ich habe den Helm immer noch an. Also was ist das Richtige? Ach, komm, kann ich nur hier durchlaufen. Ab runter. Und wieder raus. Oh, muss mich warm halten. Und hepp, und hepp, und hepp, und hepp, und hepp. Und ich nerv überhaupt nicht. Hab, hab, hab. Stachelgras. Gut, hier könnte ich mich sowieso mal mit Nahkampfhafen auch. Was war das denn? Ach, sag bloß der Eisgeist da oben. Hat da komische Geräusche gemacht. Egal. Und hopp, und hopp, und hopp. Alter, wie muss ich denn hin? Da oben ist die Akademie von Winterfeste. Oh, was ist das? Quecksilber. Jawohl. Quacksalbererz. Oh, dann kriege ich jetzt die Flasche auf. Boah, großartige Farbverläufe gerade. Ah, toll. Backe, ich da, wa? Ach, hier sind ja noch mehr. Okay. Okay. So, hopp. So, hopp. So, hopp. Wir haben einen Findling. Der Turmstein. Und was ist das für ein schwebender Vogelnest? Du willst mir nicht erzählen, diese Äste hier halten das fest. Dies geäst hält das Nest fest. Äst. Äh, äh, äh. Was ist ein Zungenbrecher? Wünsche mir von manchen würden die Zunge abbrechen. Oh, da unten ist eine Statue von Thalos. Äh. Hallo, der zieht schon wieder die Waffe, obwohl ich das nicht gewonnen habe. Hm. Oh, was ist das? Aua. Hier draußen scheint so wirklich gar keiner zu überleben. Für Shelly. Leasen. Shelly. Euer Schiff hätte schon vor Wochen ankommen sollen. Und ich befürchte das Schlimmste. Ich habe auf diesem Fels in mein Lager aufgeschlagen, da euer Schiff hier vorbeikommen müsste. Und bald werden wir hoffentlich wieder beisammen sein. Wenn ihr dies seht, bin ich vermutlich gerade auf der Jagd oder bringe einige Vorräte mit. Ich werde hier warten, bis ich euch wiedersehe. Hm. Meint ihr, wir finden irgendwo diese Shelly? Die hat doch eine Schelle. Die ist größt als einen Topf. Damit kann die mir eins übershellien. Und lass mich raten, da drüben wird ein Schiff sein. Oh, sieben Uhr abends. Ich will langsam irgendwo unterkommen. Auch wenn ich hier recht gut gerüstet bin. Fragt sich nur, wie lange das gut geht. Oh. Sag bloß, hier hat ein gerade... Ein Wolf hat gerade einen Hocker erledigt. Und da drüben läuft einem ein Bär einem Kaninchen nach. Beziehungsweise er hat sie erledigt. Böser Bär. Nee, Güte, ey. Ob ich da mal rauf kann hier. Hallo? Schein von Talos. Was ist das? Ebenerzstreit-Axt. Die Wichtigkeit ist wo? Alte sagen, der Typ Wehmer. Okay. Maro Basul ist aber nicht von Morazul irgendwie verwandt. Nee, kann gar nicht. Nee, ich bin ja. ist aber nicht von tava. Ja, ich bin ja. Danke. Nine, nachbar.